und herzlich willkommen zu einer weiteren let's play folge auf dem koma hd server heute im skybox modus mit einem neuen mitglied aus der pixel crew dem black tiger der gerade untergefallen ist so wir haben ein bug eine kiste fehlt stört nicht weiter war der kurz hier hinten ist noch eine eigentlich ja wenn die vorhanden ist aber allerdings jetzt hat nichts ich auch nicht um mich dadurch ich brauche ich mach mal eben die erschwert ja das wäre sehr nett so ein blog macht dann komme ich da dran durch hier liegt da hast du auch nennt nee du hast in dir keine kiste war ihr schrecklich da erfahrungsflächen habe ich auch da ist nix in der kiste habe ich alles rausgenommen dass man so reingekommen ich habe mir nur noch der kompass eben gegönnt hier kommen wir da naja dankeschön danke dir bitteschön du bist du hast du stöcke oder ja habe ich brauchst du welche sonst hätte ich dir auch gerade eine angemacht aber trotzdem dackeschön also hast du schon lange nein habe ich noch nicht ja warte ich geht mal hinter dir wenn du die benötigst ja ender hast du nicht oder nein ja erst runter der hat auf jeden fall skill gehabt voll ist mit hier ist aber glaube ich viele wissen gar nicht dass hier ist kiste ist ganz vorteilhaft doch hier war dran doch der marschen hat irgendwas sind die sind hier drüben immer diese scheiß blöcke hier und tschüss da waren die hier auch drinnen alter die haben ja alles abgebaut da haben wir noch gut und der nächste gegner ist zwei inseln weiter warte ich lege mal die ender perle auf die vier ich muss erstmal was essen ich gebe uns bisschen rückendeckung ich bin alles gut aus mit low equip hier abgrabben elf spieler nur noch die sollten wir hoffentlich hier war noch keiner oder mich da auch immer gerade wieder in skype angeschrieben hat kann ich schon wieder killen oder ist eine dia hake drin geil wenn uns auswählt ist sehr nice gerade ist der typ nicht gott als ob der gott weggegangen ist da ist ane da ist in der mitte kann mich in die mitte porten aber willst du das alleine riskieren nicht weil ich schaue mal ob der hier drüben die kiste gesehen hat die noch mal zurück ja die hatte gesehen sex ist wie das ich gehe noch mal zurück wegen wir haben eine insel noch weiter er vielleicht nichts gesehen hat und schon wieder an der freute anfrage liebe leute schickt noch mehr freute anfragen und wieder eine darf man nicht wahr sein so ich habe jetzt 10 dias auf der insel hier habe ich irgendwo ein übersehen kann man die wissen alle das versteck das doch blöd sollte jetzt kurz auf unsere insel gehen und da die wir es noch mal könnte ich mache ich komme gleich zurück ich schaue nur noch kurz eine insel weiter und kann ja ich hoffe dass ich das nicht okay das heißt riskant wenn ich darunter gehe eigentlich wenn du bist bei unserer insel ja ich bin da wo das l so komisch ist ach du kacke naja ich bin ein paar inseln so ich wurde gott ja ich bin gott wurde gott extrem zurückgebracht bist du tot zum glück nicht ich habe gesneakt ich wurde gott eine komplette insel zurück gesetzt so ich habe 17 einer fehlt nur noch da ist noch einer so bis dahinten dann komme ich dir mal entgegen und wir sind da im 2 insel weiter werden dann die ersten gegner ja ich mache uns aber erst mal die brustplatten bleibt da drüben 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 es gab auch eine freundschaftsanfrage von moritz ja hier so da hast du schon mal was ordentliches in deine händen danke dir bitteschön ich muss mal gerade hier in der kiste irgendwo ich hab so viel schrott da ist ein löchlein das stopfe ich erst mal lieber so das wollen ich das wollen ich mach doch die eisenachse nehme ich jetzt sicher mit brauchst du auch noch eine hacke eine goldhacke da kannst du nicht zwei dias hätte ich in den effizienz 3 uhr ja da kannst du richtig schnell mit abbauen ich kann mich mal eben hier hoch ich gehe schon mal eine insel weiter hier drüben werden noch die gegner wenn die nicht weiter gelaufen sind aber es sind sie natürlich hier bin ich vorher zurückgepackt also ok was ganz schön hoch hier man alles klar für's nix tun einer nice sehr nice wir haben uns eigentlich nur gelootet sehr geil nichts getan nichts getan kein kill zwei spieler lief doch mal wenn euch die folge gefallen hat dann lasst ein däumchen da wenn ihr noch den zweiten teil von uns sehen wollt dann show by black tiger im youtube-kanal vorbei weil da werden jetzt für ihn die folge aufnehmen wir sind raus bis dann tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.